freunde in den heutigen video sind wir in minecraft und das ist hier so ein neuer minecraft server ich bin equipped worden von malik auch malik hat mich nämlich und leute oh mein gott rüber ja egal das lösen die schon elanda wird das schon reparieren und leute ich habe schon was vor ich habe nämlich eine geheim base ich bin gerade an der geheimen jetzt anbauen ich kann sie euch aber gerne zeigen im koordinaten werde ich niemals zeigen weil sonst kommt ihr zu uns wenn ihr auf dieses server seid ihr bekommt ihr auch glaube ich ja es kann ja wir haben mir schon ein bisschen was gebaut wie ich mir sehr nämlich nicht erlaubt und ja ja ich habe auch schon ich habe gern sowas und mit diesem rahmen wollen wir nämlich das ja geheim base von mir nur von mir das nur meine mal gucken mal malik die findet genauso wie belana ist nämlich hier unter der treffe ich habe auch bogen also das sind ja echt krasse neue sachen das ist ja alles im mod aber ihr müsst die mod nicht außen drauf machen ist natürlich jahre edition und ja wir wissen auf was ein spieler hier nicht ist so hier ist nämlich die geheim base hier ist so ein kleiner raum und hier ist dann so deko und da kann ich dann mal waffen rein oder so und ja dafür ist es dann da halt so und hier werden wir dann auch hier so ungefähr werden wir den ofen haben brauche ich noch eine werkbank ich mir holen werde also ja das wird hier noch alles krasser werden wir dürfen jetzt nicht erwischt werden weil niemand darf das wissen niemand wir gehen mal hier wieder ein bisschen wir haben ja auch und man darf kann nur näher kämpfen also wenn ich das belaner schlagen würde wo ist denn die ich weiß gar nicht wo die ist ähm wo sind die ah hier ist sie okay Leute guck mal ich zeig's euch mal ich kann belana nicht schlagen guck mal ich kann sie nicht schlagen ähm weil Leute er kann nur im nether kämpfen kann man hier oben auch spielen haben man darf nicht grieven und man darf keine leute schlagen ich kann sie zum beispiel nicht schlagen zum beispiel ich spritze jetzt aber es geht nicht okay also Leute ihr könnt nur im nether schlagen es gibt auch ihr könnt auch so ein befehl eingeben irgendwie so slash pvp oder so eins versus eins halt und dann ja wird das schon klappen äh okay und jetzt bauen wir mal wieder die geheimen base weiter ähm ich werde meistens jetzt auch online abends online sein hier das ähm auch wenn die beiden nicht online sind also nur wenn die beiden nicht online sind geht das auch schon weil wir sind mit anderen leuten da sind vielleicht welche und da ganz weit hinten aus und ja und dann ist halt noch eine geheimen base so lange keine koordinaten wird dann wird ja auch nicht rein und liefen dürfte ja nicht deswegen so weit werden wir das melden aber wo waren einmal die geheimen base hier war sie ja hier war sie ja hier war ein anderes ok ähm ja genau nein wo ist denn die die ist da oder was hä nein die ist doch nicht da ja ich bekomme abweg hat fehler mit dem geheim versteckt suchen also entweder sie ist hier also wenn ich glaube ah hier ist sie ja das ist ein berg versteckt sozusagen und hier wollen wir uns jetzt mal das ist eine geheimen base weiß manik und belana also ja das ist ja von den beiden die geheimen base ich kam nur ein bisschen später auf den server und ja das video ist ein bisschen oben nicht so geschnitten weil ich jetzt grad die zeit nicht mehr so viel zeit habe ähm halt schneiden zeigt jetzt nicht so weil ich ein paar sachen machen muss ich bin an simulatoren stellen mit ben und mal gucken ob das was wird ähm so ähm wir packen mal ganz kurz den ganzen müll hier rein wir machen uns mal jetzt hier wir holen uns mal eine werkbank meine mit so ja drei ofen dann nehme ich die kohle mit dann kann ich dann dann kann ich dann äh äh ich hol mir mal ein fass glas weil ich da ich will ein aquarium bauen wüsste ein aquarium bauen ja aber wenn mal ich als spätes ist mein video sieht und dann sagt du hast ein geheimen base dann weiß ich ja ok ja mein video gesehen toll ähm aber warte mal ich habe kurz was ähm wartet mal leute ihr äh es gibt halt ein paar sachen äh bugs und so äh so ähm so jetzt sorry da ist krass ähm fegschlangen ähm so äh ich will hier meine sachen jetzt eigentlich hier rein weg machen das kommt weg das kommt weg das kommt weg das würde ich auch mal weg tun ja ich werde auch eine chat machen ähm so ähm äh äh wilanna weiß ja zum glück noch nix genauso wie malik äh oh fang ich glaube ich bin gut genommen so ähm ähm so ich habe keine Axt so ich hab keine Axt ich habe ja auch easy werkbank okay dann fassen oder ich habe wasserläufer das kommt dabei laufe der videos und erst also es ist eigentlich sogar fast doppelt versteckt also das hier ist auch echt versteckt hier mal versteckt ist dann noch mehr okay dann platzieren wir heute was ich hier machen soll also hier bauen wir dann machen wir so dass dahin und hier wollen wir dann die ganzen chest und hier habe ich dann so so glas wir haben sie ja Vielen Dank. 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 Ich brauche zwei noch mal. Jetzt. Ist das ein Item? Das ist ein Item. Das ist eine Kopie. Ich komme gerade nicht zurück mit diesem System. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Okay. Ja, Leute. Ja, ich muss nur noch Wasser besorgen. Aber Leute, das war es mit dieser Episode von Minecraft. Minecraft. Ich weiß nicht. 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 Aber Leute, das war es mit dieser Folge von Minecraft. Wir sehen uns. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Minecraft. Und das war es dann mit dem Video. Ciao. 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 Ciao.